Was zu erschaffen, gemeinsam mit anderen Menschen, die mich inspirieren, ist für mich das Lebenselixier. Die Leute haben gefragt, Mensch, in deinen Filmen sind so tolle Möbel, so tolles Geschirr, so tolle Klamotten, wo gibt's die? Irgendwann ist dann die Idee daraus entstanden, hey, vielleicht macht das ja Spaß, das selber herzustellen. Du gehst in eine Manufaktur rein und sagst so, was machen wir jetzt als neues Geschirr? Welche Farbe? Welche Form? Und du bastelst da so rum und am Schluss hast du dann was in der Hand, wo du stolz drauf bist und sagst, hey, das bieten wir jetzt den Leuten an. Und wenn die dann das auch noch so toll finden wie du, das ist das Schönste, was es gibt. Die Sachen, die im Barefoot Living Shop sind, da kannst du wirklich einen drauf lassen, dass die bei mir zu Hause auch sind. Und zwar deswegen, weil ich sie auch schön finde. Am glücklichsten bin ich eigentlich, wenn die ganze Familie zusammen ist und dann ist es auch am schönsten, mit denen zusammen zu kochen und zusammen zu lachen und Blödsinn zu erzählen oder einfach nur Spaß haben. Und ich glaube auch, das ist der Sinn im Leben, also Liebe zu verbreiten und Liebe zu empfangen und glücklich zu sein.